ja hallo und herzlich willkommen zur heutigen ausgabe let's play world of warships und heute will ich euch dieses wunderschöne schiffchen präsentieren einen der neuen kreuzer in world of warships nämlich ein französisches gefährt und zwar die charle martel in dem fall ist es ein tier 8 kreuzer und hat alles dabei was das kreuzerherz begehrt natürlich torpedos dann reparatur flack ein flugzeug und nochmal ein speed boost für alle den hier die 32 knoten nicht schnell genug sind und jetzt schauen wir mal was er hier so reißt da sehen wir erste gegner ist offen in dem fall die fubuki und da gleich mal den ersten begrüßungstreffer eine sache für euch vorweg nehmen ich weiß leider nicht weil bei dem replay gibt es nicht so viele screenshots wie ich eigentlich gerne gehabt hätte aber ich wollte euch den franzosen zeigen und die runde verspricht gutes deswegen falls ich verschlafen sollte eine abmoderation zu machen weil auf einmal die runde doch plötzlich beendet ist weil es ist einfach so bei den replays sobald die runde beendet ist beendet sich auch sofort das spiel und damit auch sofort die aufnahme dann seht es mir nach aber ich versuche natürlich darauf zu achten ja genug dazu jetzt aber erstmal schauen wir was überhaupt hier so machbar ist denn zweieinhalb tausend damage war schon okay aber natürlich wollen wir mehr sehen und bisher sehen wir dass er hier ganz schön im fokus steht denn jedes schiff irgendwie hier in der runde hat ihn auf ein kicker 17,6 kilometer weit könnte erschießen also die bismarck ist gerade außerhalb der reichweite für ihn die north carolina die kommt da jetzt aber rein und auch die bismarck ist jetzt drin also jetzt kann er sie alle begrüßen wir sehen knapp neun sekunden nach ladezeit und die kommen ganz gut ja die war nicht schlecht die nächste salbe natürlich will man unbedingt da jetzt die bismarck brennen sehen auch wenn es das deutsche herz zum bluten bringt aber klar aussicht des spielers will man jetzt sagen hier bismarck frisst meine hei kanonen beziehungsweise hei granat und renne einfach renne und renne und renne ja aber das war erst mal mit brennen ganz schön low da hinten gab es noch ein paar zieltreffer hat man gesehen der mensch ist auf 7000 gehüpft katapultjäger ist in der luft er ist hier ganz schön langsam gerade um da die north carolina so ein bisschen aus dem konzept zu bringen und wir haben gesehen hat funktioniert denn die hat ordentlich davor geholzt und jetzt hat er sie endlich auch angezündet tickt immer für 400 ist jetzt nicht das dickste aber nimmt man gerne mit und deswegen jetzt oder der zweite brand das ist natürlich jetzt schon unangenehmer weil jetzt immer plötzlich das doppelte knapp 800 tics und das merkt man in der north carolina schon gut jetzt zündete auch die bismarck direkt noch an und jetzt ist er scheinbar geil jetzt will er die north carolina die brennt jetzt lichterloh und durch diese brandschäden die er da als alleine verteilt hat sehen wir jedes mal 1200 damage dafür bekommt also das ist natürlich sensationell zündet man zwei schlachtschiffe an mit drei brandherden und da der nächste die nagato auch gleich noch mal so jetzt ist aber nur noch die nagato am brennen alle anderen haben kein feuer mehr deswegen jetzt hier wieder hier so um die 400er tics so die salve dürfte noch ankommen gerade so über die wipfel gezogen die kam auch noch an zumindest ein paar manche sind aber auch schon in die insel gegangen hat man gerade noch so am bildrand sehen können und jetzt gleich noch mal der nächste brand jetzt ist er wirklich da effektiv sein fünfter brand jetzt schon ich kann ja schon mal ein wenig spoilern wir werden auch noch die torpedos hier im spiel sehen weil auch das ist ja immer so interessant zu sehen was können denn die torpedos noch so reißen so jetzt ist der brand erst mal weg von der nagato die wird sich eigentlich schon freund sagen ah endlich kein brand mehr aber er ist da weiterhin dabei und will sie brennen sehen so und jetzt wird hier auch der boost aktiviert wir haben vorher gesehen 32 2 waren so die maximal geschwindigkeit und jetzt beschleunigt das schon deutlich schneller natürlich hier sobald er abdreht klar reduziert sich die geschwindigkeit nicht will wenn man gerade auswärts das ist ja vollkommen normal haben wir sehen da beschleunigt das ding ganz gut knapp 34 und weiter beschleunigt 35 knoten also da hat man jetzt schon wirklich ganz schön schnelles ding 37 knoten und 38 fallen auch noch lagart und gleich noch mal der nächste treffer jetzt bremst hier gerade ab weil er natürlich noch weiter auf die nagato schießen will jetzt ist es aber schon rum sein team mittlerweile vier verluste gegner team erst ein einziges schiff das ist natürlich schon grober unterschied er hat 80.000 der menschen angebracht und hier wieder jetzt auch schon ein wenig aufs korn genommen aber der schaden ist noch so überschaubar da ist alles gut so und wir sehen 38 5 knoten und sogar immer noch beschleunigt also das ding ist schon wiesel flink mit dem motor boost nagato weiterhin sein ziel aber jetzt denkt er sich naja bisschen abwechslung muss auch mal sein deswegen gehen die grüße jetzt an die north carolina raus die zündete dann auch wieder an da langt mit der ersten salve die hat aber diesmal sofort das ganze gelöscht und da ist eine augerie auch die wird gleich mal bedacht mit ein paar begrüßungs geschenken kann man so sagen und wir sehen der gegner ist da wirklich massiv im vorteil zwei schiffe erst verloren sein team hat es schon sechs verluste zu beklagen und das gegner jemand mittlerweile auch drei der vier möglichen punkte eingenommen aber er gibt sich ja nicht geschlagen da gibt es noch mal hier direkt den hit und auch den brand und der tickt auch wieder sehen wir oben schön diesmal kann da die north carolina jetzt erstmal nicht löschen der treffer der war schon übler aber immer noch alles im lot schiff funktioniert noch da geht noch alles so die north carolina sehen wir da mit 1700 hit points und weiter nach unten ticken also das dürfte gleich den ersten kiel für ihn geben sofern er nicht abstaubt und 94 und ja da hat er den kill für sich gesichert gegnerische schlachtschiff versenkt das gegnerische team steht kurz vor dem sieg so von vorne kommt gleich jemand auf seinen cap das schauen wir mal schnell weil hier geht es lustigerweise wieder ja die fu so in dem fall aber die ignoriert er doch nicht ich dachte mir jetzt kurz irgendwie hat er die nicht so auf dem schirm aber jetzt dann eben doch jetzt muss er aufpassen mit seinem mate in der belfast wird es gleich gekuschelt ah nee die macht den rauch an sehr clever da teilt sich jetzt den rauch ich hoffe natürlich nur dass sie weiter in sicht auf die gegner haben aber leider nicht nicht mehr zu sehen wobei der flugzeugträger eventuell dann noch flugzeuge hinschicken könnte und jetzt noch mal ein bisschen was auf die schaden aus draus aber auch die leider nicht mehr zu sehen wobei der flugzeugträger eventuell dann noch flugzeuge hinschicken könnte aber wir sehen jetzt nehmen sie halt auch noch b1 also das ist jetzt natürlich das was man gar nicht brauchen kann schon 925 tickets und weiter nach oben gehen aber so zumindest ganz grob am schaden weiß ich das sollte irgendwie hoffentlich noch weiter laufen weil sonst wäre es jetzt doch etwas traurig gewesen dieses replay und ja da wartet er extra lange bis hier die fußung wieder aufgeht der torpedo der fließt aber der ist halt auch etwas lahm der klappt nicht der kommt nicht an dahin wo er ihn braucht die mio code da drüben die hat nicht mehr viel das heißt die ist bald geschichte er bleibt aber weiter auf der fuß drauf sein mail macht hier in der zwischenzeit die mio code weg ist jetzt auch zerstört jetzt geht es weiter jeder hat zu kratzen sein ziel auf das er gehen will das flag ist auch aktiv flugzeuge fliegen ihr vom himmel und jetzt ist offen denn jetzt ist der rauch erst mal wieder durch die nächste torpedos die hier diesmal hoffentlich das ziel treffen und jetzt wieder die flags weiterhin am start und das haben wir gesehen die flags der französischen kreuzer sind jetzt nicht die allerbesten er aktiviert den ziel motor boost so jetzt hat er hier seine belfast bisschen als schutzschild wobei das natürlich nicht geplant war ist für beide nicht so wirklich von vorteil so jetzt kann auch wieder schießen jetzt hat er nicht mehr die gefahr dass er sein mail trifft und gleich zwei brände jetzt auf die fuße und da trifft die fuße aber verdammt gut aber die torpedos die kommen auch schön ins ziel da treffen zwei stück sehr schön zwei ziel treffer und holt sich in den vernichter da sehen wir jetzt oben 152.000 auf der damage uhr und weiter tickt und jetzt sind auch plötzlich nur noch zwei schiffe also das hat sich verdammt gedreht das thema schießt jetzt hier auch ap auf die schaden aus drauf und auch die torpedos kommen gut die kommen sehr gut ja auch hier noch mal zwei treffer für 21.000 schaden und jetzt hat die schaden aus der massive probleme hat so gut ausgesehen und plötzlich dreht sich halt so was und er macht hier auch den kill klar jetzt ist einzig und allein noch die lexington am start er hat hier ein bisschen druck weil natürlich brauchen sie die lexington sie brauchen den kill weil die tickets beim gegner einfach noch da für sie am laufen sind jetzt geben wir hier ein bisschen gas drei minuten und da ist die lexington und wir sehen hat nicht mehr viel hit points ich bin mir auch recht sicher das dauert hier nicht mehr allzu lang allerdings hat die lexington gerade noch den vorteil dass er sich für ihn hier hinter der insel befindet ich sag schon mal vielen dank fürs zusehen bis zum nächsten mal neuer alcaramba